Herzlich Willkommen, mein fröhliches Moin zu einer neuen Runde Let's Play Dragons Dogma. Bevor wir anfangen, ein paar Worte von meiner Seite. Willkommen. Das wollte ich gar nicht... Ich dachte, es geht nicht so schnell. Egal. Ich wollte sagen... Ich wollte sagen... Ich wollte sagen, jetzt gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Ich glaube, wir waren schon beim... Meister... Bei diesem... Wo? Okay. Was wollte ich sagen? Ich glaube, wir waren schon beim Drachen geweiht. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch zurück in die Kammer, richtig? Lass mich mal gucken an die Aufträge. Wir haben ziemlich viele Aufträge, wo man sammeln muss. Wo man... Das weiß ich nicht. Wo man Dinge sammeln muss. Tötet, 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 tötet. Beschaffen, 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 beschaffen. 50 Kriegshörner. Hältbeutel aus Schlangenhaut. Hm. 20 Suchermetall Jungs. Wir können ja noch mal eben zu Hause gucken, ob wir was davon haben. Weil ich bin drauf und dran zu sagen, jo. Es ist soweit. Wir können so langsam mal in Richtung, ähm... Nach Hause. In Richtung... In die Richtung, wo unser Drachenherz liegt. Irgendwie kriege ich heute keine Sätze zusammen. Ist ein guter Tag, um aufzunehmen. So, ich hoffe, hier bin ich wenigstens richtig. Sieht ganz so aus. Äh, welche Level habt ihr denn? 49, 49, 46, 38. Eih, da müssen wir nochmal gucken. Ähm. Ach, 30 ist ein bisschen dünn. Da müssen wir noch was tun. Ja, Entschuldigung. Ähm, ach so. Hab ich 50 Kriegshörner und hab ich das andere Zeug. Ich kann hier erstmal ein bisschen was einlagern. Ein bisschen was sollte ja noch da sein. Ähm. Ein Stein? Wieso hast du einen Stein? Juwel der Gesundheit. Junter Peridot, schwarzer Kristall, Echsen-Schwanz, Giftbeuten, Echsenhaut. Oh, so viel Zeug. Ähm. Was? Skeletische, tschüss. Ähm. Die meisten Dinge kann ich verwenden, um irgendwas zu bauen. Aber ich will gar nicht so viel bauen. Ich war auch nie darauf erpicht, so unbedingt immer das Schönste an Kleidung zu tragen, weil es klappte ja auch immer. Hebel-ebel-ebel-ebel-ebel-ebel-ebel-ebel-ebel-ebel-ebel-ebel-ebel. So. Ich will mal gucken, ob ich 20 Kriegshörner habe und diese anderen Sachen amulitis. Ne, sowas nicht. Ähm. Kriegshörner. Ach Gott, wo soll ich die denn suchen? Äh. Suchermedaillen. Brauche ich auch. Ja. 20 sucht am... Ah, ist eins, fehlt noch. Das ist ja gemein. Ich nehme das mal raus. Genau wie das Ding. Genau wie das Ding. Nur im Tod soll der Erweckte Frieden finden. Was ist das? Betätigt Vorrichtung. Ach so. Das ist noch ein Auftragsgegenstand. Ich nehme das einfach mal mit raus, weil vielleicht brauche ich das ja irgendwie gerade. So. Ach hey. So ein paar Schwerter und Waffen haben wir ja, ne? Hm. Hm. Tja. Ich finde, wir haben alles mögliche mal gefunden, aber nicht wirklich benutzt. Wie wird es heute sein? Wie wird es heute sein? Wir werden es bald wieder kommen. Ja. Den... Oh. Eskorte. Und... Eskorte mag ich immer nicht. Hellsauer. Ich werde nur leider austauschen müssen. Bevor wir das tun, handeln wir noch einmal. Ich gucke mal, ob ihr noch was Interessantes für mich habt. Äh, halt. Das ging zu schnell. Oh, oh, oh. Ja. Ja. Ja, nein. 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 Hm. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Habt ihr einen magischen Bogen? Boom. Nicht wirklich. Ich will eigentlich nur mal sehen, ob ihr noch irgendwas dabei habt, was ich nicht schon ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Löwen-Lord-Lord-Helm. Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, ich kann höchstens nochmal unten weitergucken. Ähm, ich gucke erstmal da drüben. Äh, ne, hier drüben. Es ist ein verrücktes Dinn in der Kastel. Ich weiß, es sollte so sein. Geh alles, was ihr möchtet. Ja. Habt ihr auch schöne Sachen? Pilze? Große Pilze, halt mal ein Auge. Ich schau einfach alles mal durch. Ich möchte eigentlich in Richtung Drachen heute spazieren, bin ich ganz ehrlich. Ähm, andererseits... Bist du das? Ja. Äh, andererseits sind wir eigentlich so weit, so ziemlich durch, glaube ich. Wer hebt denn da was auf? Entschuldigung. Wer seid ihr? Was... Wer... Hallo. Stufe 51? Was seid ihr denn für einer? Ein Erzmagier. Oh. Hm. Was habt ihr denn für Zauber? Starkes Beben, Bolidenhagel, starkes Elektrisieren. Feuerwahlkamin ist total Nekomantie. Hm. Was? Ich bin... Ich bin angetan, muss ich gestehen. Hm. Ach, weißt du was? Es war schön mit dir, mein Freund. Was gebe ich dir mit? Ähm. Was gebe ich dir mit? Ein unförmiges Auge. Ich fand ihn echt gut. Ich fand ihn echt cool. Ich möchte ihm mal ein bisschen was Wertvolles geben. Ach komm, ich gebe dir ein Auge. Bewertung aussehen. Ja. Oh. Kampf. Doch, im Kampf fand ich den eigentlich cool. Nützlichkeit? Auf jeden Fall. Kommentar. Äh. Kampfverhalten. Ähm. Hat uns tatsächlich... Uns hier die Male gerettet. Das da. Mhm. Nächste Zeit, ich werde noch viel mehr arbeiten. Ich werde. Äh, ich hoffe. Willkommen, Aquila. Und wer hat hier ständig an der Tür gepoltert? Amara, Aquila. Schön. Hier klopft jemand. Hör doch mal. Warum klopft ihr da? Hier klopft doch jemand. Da. Hä? Der klopft da immer noch an. Äh, wir gehen noch mal runter zu dem Spezialladen. Dann sind wir, denke ich, hier auch fertig. Wo bin ich denn hier? Wo muss ich eigentlich hin? Da. Die schwarze Katze. Fälschung anfertigen. Hä? Was bringt es denn, irgendwas von diesen Sachen als Fälschung zu bauen? Ah. Ich wüsste nicht, wozu. Äh. Ich wüsste nicht, was das soll. Ich guck trotzdem mal, ob der was Schönes für mich hat. Was war das gerade? Winschel, Ruten. So ein... Zum Glück sehr günstig. Goldenes Stilett. Auch hübsch. Kämpferische Taube. Der Träger nimmt mehr Schaden und regeneriert seine Gesundheit. Goldener Dreizahn. Ist das was für... Nö. Leider gar nicht. Ich guck nochmal, ob der hier irgendwas für mich noch bei hat. Was ich wirklich haben möchte. Irgendwas, was ich unbedingt brauche. Äh. Nee. Irgendwas, was ich wirklich haben will. Nee. Irgendwas, was ich ganz unbedingt... Nee. Unter allen Umständen... Alles so eine komischen Sachen will ich aber gar nicht. I'm sure. Anytime. Anytime. Gut. Sind wir durch. Ähm. Dann nehmen wir den Teleport nach. Soll ich nochmal mit dem Drachengeschränkten gehen? Wie heißt der denn nochmal? Drachen... Drachen... Ja, du weißt schon. Nicht. Dann gehen wir zu den Klippen von Bartha zurück. Und auf zum Schloss. Ja, genau. Das sag ich dann auch immer wieder. Ich hoffe, die Magierin tut ihren Zweck. Hey. Ach ja, stimmt. Ich kann doch verbessern. Das ist hier nicht so sinnvoll. Jetzt. Lass uns kommen. Kann ich den Kunststein nochmal verbessern? Äh. Taubenblut hab ich nicht. Hagelschlag verbessern. Kastanienzweige. Ich habe glatt schwarze Fitte hier. Uh. Ja, auf jeden Fall. So. Tiara der Leuchtung. Kann ich die nochmal? Pilger Glücksbringer hab ich nicht. Da bin ich mir sicher. Beste aus Drachenleder. Alchemistisches Gewand. Und die ist noch gar nicht verbessert. Silbertwill. Ja, warum meine ich nicht? Animistisch. Nicht alchemistisch. Fisch, Augen, Stein. Arbeiterhose. Habe ich noch einen Gletscher? Nö. Müsste ich hier noch sammeln. Da gucke ich bei DK nochmal nach. Schattenwolfspilz. Wolfspilz. Tz, 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 tz. Nö. Das sah so un... Das sah so un... Das sah so un aus. Als ob ich das nicht brauchen würde. Das hier wiederum... Ich will schon Dinge machen, die hier so richtig was bringen. Sieht aber nicht so aus, als ob hier irgendwas, irgendetwas bringt. Schreckenslord im Blieben. Habe ich erst eins. Ich denke, das reicht. Wer hat denn die Vagabundenrüstung? Aquila. Aquilia. Schön. Finde ich gut. Seitenwäsche. So, ich gucke hier drüben nochmal. Gegenstände ins Lager ausschicken. Fähigkeiten. Ähm. Wer warst du? Hallo. Nochmal. Cup, Cup. Was heißt denn Cup, Cup? Hey, hier ist ein Gletscherschweife. Und wenn ich mir da jetzt drei von gönnen könnte. So, warum eigentlich nicht. Hast du hier noch interessante Waffen für mich gehabt? Die ich unbedingt haben will? Nö. Oder Hauben? Welche Kopfbedeckungen? Nein. So, wenn ich hier schon für einen Gletscherschweif kaufe, dann kann ich das... Ah, ah. Dann kann ich das hier auch verwenden. Hallo. Verbessern, bitte. Ich weiß nicht mehr, wo der Gletscherschweif war. Da. Auf geht's. So, wenn ich schon Geld ausgebe, dann richtig. Heavy Ernest. Ich speichere gerne nochmal. Just name it, sir. Oh. No. As you like. Hallo. Guten Morgen. So. Haben wir das schon mal geschafft. Hätte ich gesagt, können wir nochmal reingucken, was der Drache da wollte. Oh ja, was soll? Hat einem anderen Erweckten geholfen? Ist zurück. Isabel. Suf. Suf. Truf. Ja. Was, ich hab 11.000 Rift bekommen? E, einen unbekannten Auftrag. Cool. Du hast nichts gegeben? Okay, du hast nichts gegeben. Erfahrung, Gegenstände übernehmen, die der Vassal erlangt hat. Klar. Äh. Ja. Das hab ich doch gerade schon durchgeklickt. Wie war ich das? Ich versuchte mein hardest. Ihr wart gut. Ich würde gerne mal gucken, ob ich euch noch etwas zuteilwerden lassen kann. Wann mit dem Ruhmpunkt noch irgendwas machen kann bei ihm. Ich fürchte weniger. Dum, 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 dum. Ach, das geht zu mir. Oh. In diesem Falle muss ich noch mal gucken, ob ich noch was tun kann. Fähigkeiten. Was? Ich hab 100 Küsse gelernt. Woher? Ich setze den Anwender in Brand und riskiere dessen Leben und das aller, die ihn berühren. Nee, mit Dolchen will ich ja gar nicht viel machen. Vielleicht mit Stäbchen. Vielleicht noch mit Bogen. Na, da kann ich doch noch was. Leichtgewichtige Gegner anziehen. Einen Verbündeten gegen alle Arten Erschwächung schützen. Hm. Beschwört auf die Kosten eines falsalen Lebens. Einen ultimativen Pfeil. Nö. Ich mach mal den Schutzpfeil. Komm, den Stäckner kann ich auch noch machen. Ich weiß noch nicht, ob ich die einsetzen werde, aber ich hab sie jetzt. Magische Energiekugeln umgeben den Anwender, die angreifende Gegner abwehren. Auch in der Luft anwendbar. Das können wir auch noch lernen. Ich glaub, du hast hier nix mehr, ne? Das hätt mich jetzt gewundert. Beutetrieb, stell die Gesundheit gleich wieder her, wenn ihr Anwender einen Todstoß versetzt. So. Beutetrieb. Nö. Nö. Okay. Mal sehen, ob ich noch was festlegen kann. Mal sehen, ob ich noch was festlegen will. Auf X hatte ich den großen Querschläger. Der war mir immer mehr lästig, ehrlich gesagt. Und der auf Y, den lasse ich auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich nochmal den... Magisches leuchten. Nö. Die ganze Gruppe wird zeitlich begrenzt von Schwächungen geschützt. Eine verbesserte Form von Stärkner Pfeil erhöht den Widerstand der Getroffenen. gegen feindliche Hiebe. Ich nehm mal den. Kann ich bitte noch was tun? Achso. Kann ich denn noch was tun? Nö. Die Geschwindigkeit, mit der der Anwendergegenstände sammelt und schürft. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Ich werde mal sehen, ob ich noch... Da... Da... Äh... War das andere passiv? Diese Fähigkeit. War das denn? Warte mal... Ich wollte mal was gucken. Was war denn diese... War das denn? Aneignung? Ne. Beutetrieb, die auch nicht. Ich hatte doch... Was war denn das mit diesen Kugeln? Diesen Leuchtekugeln? Das war eine Kernfähigkeit. Äh. Stab und Magiestab kann ich dafür nutzen. Magische Energiekugeln umgeben den Anwender, die angreifende Gegner abwehren. Magisches Agens. Als Kernfertigkeit. Nein. Aber ich hab hier keinen Kern. Ja, tschüss. Oh. Möchte ich den gerade gehauen? Upsi. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.